Zocker Andi So Und schau mal was passiert Ja am Anfang geht es noch Es ist nicht so schwer Aber das wird sicher noch bei 70 Runden saftiger So dann lotsen wir die mal nach oben hier Und machen hier sowas Und sowas Und dann ein bisschen in der Mitte Falls Helis kommen Ich lass das mal auf schnell Das sollte jetzt hinhauen Hier hat man ein relativ großes Feld So Einzelne Tower werde ich dann austauschen Aber jetzt baue ich mal hier nach unten Sodass wir ein bisschen Spielraum haben So 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 Dann Hier noch Hier noch, hier kommt beim Feuertower nachher hin Da wieder nach oben dann So Genau Gut Die Helis holen wir auch runter Haben wir das auch geschafft Dann mach mal hier ein Feuertower hin Wenn ich Die Kohle dafür hab Was bald der Fall sein wird Ich nehm mal an Nach dieser Wave hier Und Geht sich's aus? Äh Verkaufen Feuertower Feuertower Hier Einen Öltower Muss die ein bisschen langsamer werden Oh, 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 oh Das war jetzt nicht so Optimal So Was können wir jetzt hier machen? Das ist so eine Sache hier Auf die schnelle zwei Tower her bauen Drei Tower am besten gleich Drei Tower am besten gleich Ich benutze das mal Hallo? Hallo? Äh, ja Das funktioniert ja super Ah, das muss man irgendwie hier reinziehen Ah, okay Egal Es sind zwei rein Das ist jetzt nicht so schlimm Diese Tower verkaufen wir hier Die braucht man nicht wirklich auf diesen Fleck hier Machen wir den dann stärker hier Beziehungsweise ein bisschen mehr Slow Wie schnell rennen die eigentlich ohne den Slow? Ah Wären nur dort geslowt, wo das Na Der Slow Tower hier was bringt Ist das maximal? Ja So, jetzt werden wir die hier upgraden Den hier auch Der ist wichtig, weil jetzt kommen sicher wieder Helis Dass Dass die nicht durchkommen hier So Ja Das geht Es läuft Da Ja, da kommt so besser nichts mehr gut und vielleicht irgendwas mal austauschen hier ich will den jetzt probieren geht sich hier aus mal schauen was der macht wie viel schaden macht er überhaupt 150 ja mega mäßig dann sollte ich den hatte mal wie weit geht es hier ist ja nicht so nützlich vielleicht hier stattdessen dingsbums da sollte ich den hin hier bringt er was hier bringt er gar nichts kann ich gleich normalen auch gut man muss variieren abgarten wir den mal was macht denn der jetzt eigentlich 300 ok durch kommt eh nix bisschen mehr stoff noch so was machen wir jetzt 450 schaden hier könnte ich den nähe hier wollte ich ihn genau oder hier hier am besten das bringt was da geben was so spucker dahin ja der kann durchfahren das stört mich nicht der kommt sowieso nicht durch aber ich brauche noch ein bisschen gold hier gut jetzt kann ich ihn mir leisten hier habe ich gesagt genau so da kommt nix mehr durch jetzt probieren sie es wieder mit helis und mit tanks und kommen trotzdem nicht durch so dann werden wir hier noch mal upgraden und dann bauen wir hier ein paar tesla hin zur sicherheit dass da nix durchkommt runde 34 haben wir von 70 so die probieren es wieder mit helis aber sie kommen nicht durch zwei sind durch mehr kommt hier nicht durch da wird jetzt nichts mehr durchkommen so bis jetzt aussieht der ist voll so dann würde ich sagen den ersetzen wir mal durch den tesla tower und upgraden den dann hier das gleiche kann man wieder auf schnell stehen runde 38 also ja er geht schon hier vielleicht den grünen oder es ist schwer zu sagen wo hier immer so halb optimal das ganze so der ist jetzt ungeupdatet hier stellt man 9 hin inzwischen runde 39 sie probieren es wieder mit fliegen und mit harten tanks du wirst wirklich einiges aushalten so wie das hier aussieht aber er wird nicht durchkommen nie und nimmer so irgendwas neues haben wir hier new 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 ein new mme den will ich sehen ich habe jetzt nicht drauf geklickt die können nicht gemeinsam so wir können uns wieder einen tesla leisten die da hinten waren das für wir oder so so tesla updaten sie werden langsam stressig aber sie kommen nie und nehmen auch hin nur in die nähe der teslas die ist nicht so schlecht hier so jetzt können wir den tesla hier full updaten der ist voll der ist auch voll mach mal hier vielleicht noch so einen grünen tower da diesen um 60 dann kann er hier raus und hier raus das grüne zeug verschießen so natürlich updaten dann wir sind in runde 49 jetzt geht schon ein bisschen ab hier runde 50 von 70 aber das sind schwere tanks hier aber das wird schon irgendwie gehen aber die halten aus und mit kommen sie mit so einem transport team ja aber es müsste gehen der ist nicht so schlecht hier der ist wirklich gut der tower so jetzt lese ich mir das schnell durch das ist ein transport tubes schrauber ok so macht ordentlich damage hier wir könnten hier nun mal was könnte man hier machen hmmm rocket tower machen wir hier mal ein rocket tower zack brauche ich noch geld gold dollar monete also hier flitze sie eh schon wieder ein neuer feind schau mal kurz ein heiler ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht so was könnte man noch hier für ein tower machen noch so ein rocket tower vielleicht so die sind auch voll was machen die eigentlich der mensch 25 ok so dann hier vielleicht noch so ein grünen oder so ein feuer tower ne hier so ein feuer tower genau ja der feuer tower hier ist klasse runde 56 von 70 sie wären lästig aber haben keine chance die halten immer mehr aus jetzt das ist es gut das wird denen aber auch nichts bringen jetzt sind zum ersten mal die tesla hier in betrieb genommen worden aber wie gesagt sie kommen nicht durch so den upgraden wir jetzt wenn es sich ausgeht noch nicht noch nicht aber bald jetzt ist er voll ja er macht jetzt damage 900 ich werde jetzt den hier austauschen gegen einen tesla tower diese heiler sind lästig das ist echt ungut so was kommt jetzt mit tanks und helis und transport helis so da der macht damage 1400 das können wir ruhig auf schnell lassen so und jetzt macht er 2100 damage das geht auf jeden fall vielleicht hier noch so ein feuer tower kolämmer aber ist ja so man ist ist ganz sehr jetzt ist der fahrt Runde 63 von 70. Ich glaube, das haben wir in der Tasche. Da kommt uns mal durch. Die kleinen Scheiße haben jetzt schon immer mehr Leben. Die kleine Scheiße haben jetzt schon immer mehr Leben. So, Runde 68 von 70. Gleich haben wir das. Da wird nichts mehr durchkommen. Na ja, wir halten schön aus. Runde 69. Und 70. Letzte Runde, wo sie auch nicht durchkommen werden. So, da will wer was von mir. Aber der hat jetzt Pech, weil ich bin in der Aufnahme. Letzte Runde, die lassen wir uns nicht verderben. Die lasse ich schön langsam ablaufen jetzt. Aber wir werden das eh schaffen. Also, ich komme nicht durch. Ich beschleunige das mal. Hey, aber der Tank, der hält viel aus, muss man sagen. Guckt euch mal den Tank hier an. Aber er wird auch geputselt. Da können die aufbringen, was sie wollen. Die Raketen hier sind sehr gut gegen Flugeinheiten. Die machen sehr viel Damage. Der Tank kämpft und kämpft. Aber er wird es nicht ans Ziel schaffen. Bäm, gewonnen. So, wir haben eine neue Mission. Die sieht cool aus. So. Ein Sternchen. Und Money. So, hier machen wir auch wieder mal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss.